Vielleicht ist das echt der beste Junge, der hat mich gerade geredet. Das ist richtig gut. Den ehren wir sowas von. Unser Inhibitor ist gleich am Arsch. Ich geh mal auf die Toplane und farm ein bisschen. Denn da toben gerade Vassalen. Where shall we go? Oh, ich hab's nicht mehr gesehen. Die kommt einfach mal mit. Lauf einfach hinterher. Chillig. Oh, wie ich die was allen abziehe. D.L. No, 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 no. Oh, das war Fail. Hab nicht gesehen, wo ich stand. Ah, hab mich jetzt grad 5 Meter teleportiert. Scheiße. Stun-Karte! Ich hab' den da um zu lang, zu lang. Die krieg ich noch aus Scheißdrecke. Verdammt. Mein Ulti, meine Ulti, meine Ulti. Nein, ich bin zu weit weg, ich bin verarscht. Nein! Nein! Weniger geht's gar nicht. Ich freu' mich schon so auf Klingel der Unendlichkeit. Es waren zwei so schön. Ja, ich wurde ein bisschen übermütig, wie's ausschaut. Aber wir machen uns gar nicht mal so übel irgendwie jetzt noch, ne? Es kommt mir irgendwie so vor, als wird's gar nicht mal so scheiße laufen, wie's läuft. Scheiße. Es läuft scheiße. Moment mal, was gibt's 700 plus 600, 13? Ähm... Es gibt erst 1300, okay. Da muss ich noch ein bisschen sparen, fürchte ich. Ich will jetzt endlich Blade of Infinity, äh, Infinity Edge. Heißt's, wie heißt's? Infinity Edge. Mich nicht, da kann ich meine Vokabeln aufbessern. Töten wir mal schnell einen Super-Vasalen. Töten wir mal schnell einen Super-Vasalen. Hallo Kinder, heute bringen wir euch bei, wie man einen Super-Vasalen schnetzelt. Das geht in etwa so. Und schon haben wir das Golf gekriegt. Für alles. Charmed, I'm sure. Ja, für den Super-Vasalen meinte ich damit. Für alles. Oh, da geht einer an unserem Jungle um. Wie's ihm passt, dem passt. Alter, ich wurde richtig verkrankt. Alter, ganz ehrlich, warum machen die so viel Schaden? Also, wie schon gesagt, außer Timo und Olaf sind die Gegner eigentlich nicht so gut. Die sind halt nur alle miteinander gefeedet. Das ist das Problem, würde ich mal sagen. Aber ansonsten haben wir eigentlich gute Karten, wenn wir's schaffen. Also, wir müssen mal Olaf und... Ich glaub, die glauben grad, wir kommen alle. Hätten sie ihn sich geholt, hätte ich jetzt meinen Stil drauf gemacht. Fail, jetzt haben sie... Hab ich gerade eben. Hab ich gerade eben. Ich hab die ganze Verstärkung vom Gegner aufgedeckt und... Oh. Ja, da hätte ich... Ja. Ich muss mal wieder ein bisschen vorsichtiger werden, glaub ich. Vorhin hab ich so vorsichtig gespielt, weil ich so wenig Leben hab und alles. Und jetzt? Was mach ich jetzt? Jetzt mach ich scheiße am laufenden Band. Na, mach's mal. Ja, ja. Ja, ich kann nicht sagen. Auch für wie ist der Sinn halt vergassert. Ja, ich kann nicht sagen. Alle 1 Minute cool, darüber es geht. Dann gib's wieder... Unser Inhibitant ist bald respaunt. Ich glaub mal, der lies ihn getanky. Können wir machen dem gar keinen Schaden Und der Leck wieder Alter das ist so ein epischer Kampf Ich will gar nicht weggucken Aber wir verlieren Also will ich eigentlich weggucken Keine Sorge Jetzt kommt der Retter des Tages Nein ich What the fuck Wie wenig Schaden du machst Oh komm jetzt noch schnell eine Surrender Vote Wir sind eh tot Und Und Naja war trotzdem schönes Match Hab mich gefreut Ich konnte gegen jeden was machen Außer gegen den Tank Fand ich gut Fand ich gut